In den vergangenen Wochen flogen bei Katrin und Emily immer wieder die Fetzen, ihre gemeinsame Agentur droht daran zu zerbrechen. Achtung, es folgen Spoiler! Bei GZSZ steht wohl wieder eine Trennung ins Haus. Denn bei Katrin, Ulrike Frank und Emily, Anne Menden, kommt es seit Wochen immer wieder zu Streitigkeiten. Diese haben inzwischen ein solches Ausmaß angenommen, dass Moritz, Lennart Borchardt, sogar zwischenzeitlich gekündigt hatte. Katrin und Emily ist seitdem bewusst, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die beiden sehen nur noch einen Ausweg. Sie müssen sich trennen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Emily geht einen Schritt auf Katrin zu. Während Katrin bereits vor einiger Zeit schon mal an eine Trennung und die alleinige Übernahme der Agentur gedacht hatte, schlägt sie Emily nun ein anderes Vorgehen vor. Sie will die Agentur unter sich, Emily und Laura, Chrysanti Kavasi, aufteilen. Auch wenn Emily sich zu Beginn angetan von der Idee zeigt, Stellt sich schnell heraus, dass auch diese schwierig umzusetzen ist. Emily und Katrin verfallen in einen Streit um die Kunststernchen innen, schließlich will jede von ihnen von ihrer Auswahl profitieren. Bevor die Situation eskalieren kann, beschließen die beiden ihre Diskussion zu vertagen, denn für den anstehenden Fair Fashion Runway müssen sie sich vertragen und als Einheit präsentieren. Und tatsächlich gelingt es den beiden Frauen, das Event ohne größere Probleme über die Bühne zu bringen. Die beiden nähern sich einander sogar wieder an. Haben sie etwa ihren alten Teamspirit wiedergefunden? Das zumindest hofft Emily. Nach dem positiven Erlebnis fasst sie sich ein Herz und geht einen beachtlichen Schritt auf Katrin zu. Emily schlägt ihrer Geschäftspartnerin vor, die besprochene Trennung auf Eis zu legen und einen Neustart zu wagen. Wird Katrin sich darauf einlassen? Emily wird von ihrer Antwort enttäuscht. Auch wenn Katrin nicht abgeneigt zu sein scheint, hält sie weiterhin an ihrem Plan fest. Das Vertrauen ineinander habe in den vergangenen Wochen zu sehr gelitten. Das Schicksal sorgt jedoch für eine überraschende Wendung. Noch bevor Katrin und Emily ihre Trennungspläne vorantreiben können, erhalten sie eine vielversprechende Anfrage. Durch die Organisation des Fair Fashion Runways ist ein ziemlich bekannter Designer auf sie aufmerksam geworden. Er bietet ihnen die Chance, einen überaus lukrativen Auftrag an Land zu ziehen, welcher ihnen sämtliche Türen in der Modebranche öffnet. Doch das bedeutet, dass sie ihre Trennung vertagen müssen. Während Emily direkt Feuer und Flamme ist, scheint Katrin zu zögern. Doch dann willigt sie zur Freude aller ein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.